Porsche und Ford setzen auf eine neue Kategorie des Rennsports, der sogenannten Gruppe C. Mit diesen Autos wird die früher einmal so populäre Langstrecken-Weltmeisterschaft entschieden. Bei dieser Veranstaltung auf dem Norisring in Nürnberg waren 70.000 Zuschauer begeistert. Es war spannend, der Sieger fuhr mit nur einer Sekunde Vorsprung durchs Ziel. Diese Rennserie, gestützt von vielen Automobilkonzernen, wäre sicher eine Alternative zur Formel 1. Vorausgesetzt, es würde mit ihr nicht nur die Firmenweltmeisterschaft, sondern auch die Weltmeisterschaft der Fahrer entschieden. Den beiden deutschen Formel 1-Fahrern Jochen Maas und Manfred Winkelhock hat dieses Rennen viel Vergnügen gebracht. Manfred Winkelhock, was macht nun eigentlich mehr Spaß, hier mit der Gruppe C zu fahren, mit der Formel 1 zu fahren? Was macht Ihnen mehr Spaß? Ja gut, der Fahrspaß ist mit Sicherheit hier im Gruppe C oder ein bisschen größer als in der Formel 1. Und das hängt mit Sicherheit damit zusammen, dass eine Gruppe C oder da kann man auch mal ein bisschen quer fahren, sich spektakulär zu fahren. Und das bringt dem Fahrer einfach mehr. Und das bringt dem Fahrer einfach mal ein bisschen mehr, sich spektakulär zu machen.